Mein Name ist Udo Drochner von der Firma Valentin & Partner und wir sind heute bei der Firma HMD Hausmeisterservice und die Gebäudereinigung zu Gast. Wir können hier bei der Arbeit zuschauen. Ein Kubota L136-1 ist hier in der Arbeit tätig. Der Vorarbeiter, Herr Pia Lenz, hat uns mal zu seiner Arbeit dazugebeten und möchte uns ein paar Dinge über den Traktor, beziehungsweise über seine Arbeit auch berichten. Herr Lenz, was machen Sie alles mit dem Kubota? Für welche Arbeiten ist der Kubota bei Ihnen angeschafft worden? Ja, hauptsächlich Rasenmäharbeiten, denn Heckenschnitt abfahren und mulchen natürlich. Und ja, also zum größten Teil für Abfahrten, für Rasen und Heckenschnitt. Der Traktor hat ein dreistufiges Hydrostatgetriebe. Wie sind Sie mit der Durchzuskraft des Hydrostatgetriebe zufrieden? Also sehr, sehr zufrieden, weil wir viele Hecken rausreißen und dadurch hat man nicht den Nachteil, dass man ständig schalten muss. Also einfach Vorfahrtsrückwärts fahren, dann trägt man das raus. Für Sie ist es eine Arbeitserleichterung im täglichen Umgang mit dem Traktor sind Sie zufrieden. Ja, sehr sogar. Ja, dann bedanken wir uns bei Ihnen für die Ausführungen, dass Sie mit der Kubota-Technik zufrieden sind und würden uns freuen, Sie auch auf Dauer als unseren Partner in der Technik zu sehen. Ja, danke schön. Danke. Bis zum nächsten Mal. Müzi climbed weiter. appreci